Hallo, mein Name ist Julia Schuler und ich absolviere meine Ausbildung zur Industriekauffrau Bellion Hardwise. Neben vielen kaufmännischen Tätigkeiten erhalte ich umfassendes Wissen in verschiedenen Bau- und Verwaltungsbereichen, bis hin zu Marketing und der Logistik. Ich unterstütze unsere Bauleiter und trage somit zur erfolgreichen Umsetzung unserer Bauprojekte bei. Unter anderem erstelle ich Angebote und Preislisten, melde Baustellen an oder ab und stehe in Kontakt mit unseren Lieferanten. Ich organisiere unter anderem einen guten Informationsfluss zwischen Standortverwaltung und den Baustellen. Kommen beispielsweise die Rückläufe der Arbeitszeiterfassung zu mir, gebe ich diese ein, damit die unterschiedlichen Löhne korrekt abgerechnet werden können. Ich trage für viele Bereiche Verantwortung. Eine gute Selbstorganisation ist da wichtig. Werden Rechnungen zum Beispiel nicht zeitnah gezahlt, so kann Kanzkonto abgezogen werden. Kommt es auf Baustellen zu unvorhersehbaren Situationen, so halte ich den Kollegen vor Ort den Rücken frei, indem ich Pläne bei den Stadtwerken einhole oder in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt, Umleitungen oder sogar Sperrungen organisiere. Für meine Ausbildung ist ein Realschulabschluss erforderlich. Ich freue mich wirklich darüber, mit den Kollegen Hand in Hand und vor allem auf Augenhöhe arbeiten zu dürfen.